Wie ist es eigentlich mit dir selber zu spielen? Lustig. Uiuiuiuii! Schau jetzt! Nein, schau sie, was wir abschauen. Fragen stellen und dann reinhauen. Ja, du warst jetzt mal ein Stor? Nein, ich rede jetzt nicht mit dir. Ich habe während dem Schiessen angeraten. Ja, jetzt. Ich war jetzt fair, ich bin jetzt erstens unfair. Ja, schau jetzt. Ui, 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 jetzt wird's... Ah! Jawoll! Und dann noch so ein... Ah! Hei, hei, hei. Schon wieder Rassevedo. Oh, jetzt haben wir gedruckt. Sorry. Ja, kein Problem. Also für mich ist es gut, dass ich es nicht mehr ansehen muss. Ich bin so fair, weil das ist... Ja, mega, ja. Also ich hätte es schon nicht ansehen wollen. Ui! Ui, ui, ui. Oh, jetzt mal weg mit der Scheibe. Oh, da steht... Nein! Oh! Was war das? Ja, du hast mich gefeilt. Ah, so übertriebene Härte. Ich habe etwas fertig gemacht. Hey! Sorry, siehst du, das ist irre. Ich habe noch etwas... Gleich nicht! Immer! Hey, immer, Gub! Wo war das Fall? Hey! Wollen wir das noch anschauen? Hey, NHL... Realistischer geht es ja nicht. Hier unten? Oh ja! Hey! Was? So ein Zeich! Nichts war das. Schau mal. Zweimal vor-check. Hey, schau, schau! Nein, nein, nein! Jawoll! Woo! Geil! Schön, Svenny-Boy! Ah! Ah! Ja, das war jetzt wirklich ein schönes Goal. Aber ich wollte wechseln und habe nicht damit gerechnet, dass du gerade mit zwei Mann vor-checken. Schau mal, drei geht um das Goal rum. Schön! Schön! Ja, da kann ich nichts sagen. Super gespielt. Auch das, was ich will verhindern, ist, dass du mit dir selber ein Goal machst. Uiuiuiui! Nein! 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 Was, No-Goal? Nein, sind Sie zu nahe verkannt! Yes! Wieso? Ey! Ja, Goaliebehindring! Ganz klar, Goaliebehindring! Stochert! Was? Das ist eigentlich gestochert? Sie liegt ja dort. No-Goal! No-Goal! Come on! Klaren Fall, Chris! Klaren Fall! Eih, die Schirris. Habe ich nicht gerne, hm? Der Pass drückt. Kennst du das? Nein! Nein! Hauen Sie doch rein! Weisst du das, Kopf! Weisst du das? Wer ist Schirsani? Schassentotet! Eih! Nein, jetzt nicht mehr lange zu spielen. 17 Sekunden. Also wenigstens bin ich bei den Bullys vorne. Aber es bringt mich einfach überhaupt... Nein! Und dann spielt er den Pass! Uh! Nein! Ja, ich habe nicht anders gehört! Nein! Eieiei! Dann habe ich noch... Geil! Ja, gratulieren! Ja, merci Ken! Ja! Gutes Spiel gewesen! Wir sind immer besser geworden! Ja! Ich eben nicht! Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Höhepunkt wirklich am Anfang gehabt! Nachher ist es nur noch bergab! Also... Ja! Hast du zu viel will? Oder was? Nein! Nicht einmal! Ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen, dass ich da mit dem ersten Schuss Goal geschossen habe! Es ist wirklich effektiv nicht gewusst! Es war nicht bluffed oder so! Du hast ja nachher gesehen, wie ich gespielt habe! Ich habe den einfach wirklich sauber versenkt! Aber nachher ist er... Leider, leider! Gratulieren! 2-2-1 für den Chris Balthisberger! Das ist übrigens ein Goal, das runtergekannt wurde! Ich weiß nicht so! Jetzt bin ich gleich dabei!